Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christian Korthüm. Ich bin Professor für Holzbearbeitungsmaschinen hier und Mitorganisator der Ligner-Konferenz. Wir sind hier in den Laboren, in denen auch die Ligner-Konferenz mit vielen Ausstellern stattfindet, in den letzten Vorbereitungen die Maschinentechnik zu installieren, sodass wir Ihnen auch hier live die Technik vorstellen können und das in den Kontext der Themen der Ligner-Konferenz mit den Vorträgen eben integrieren können und Sie hier in den Laboren nochmal das wirkliche Campus-Feeling mitbekommen.